Um sich in Minecraft zu schützen, gibt es vielerlei Möglichkeiten, seinen Rüstwert zu erhöhen. Zum einen gibt es da den Helm. Einfach wie so ein Deckel quasi hier anordnen, oben alles dicht und links und rechts dann was und hier in der Mitte ist halt der Kopf dann drin. Und schon hat man einen Helm, der je nach Rohstoff, man kann dafür Eisen, Diamant, Gold, ich glaube das war's, benutzen und hat dann entsprechend viel Rüstung.